Der Ausflug ist toll, die Insel Saona ist toll. Ich danke, dass ihr alle dabei seid. Wir haben jetzt bis zu unserem nächsten Stopp oder ersten Stopp ca. 15-17 Minuten Fahrzeit und dann melde ich mich gleich noch mal zu Wort, was die weiteren Tour angeht. Super. Kalt? Es ist unter 37 Grad. Alles, was unter 40 Grad ist, ist kalt. Kölner fliehen überall. Da drüben wird schon die Bar aufgebaut. Komm! Frühstück! 10 Uhr morgen. Erstmal einen Romen Cola, oder? Ausflug. Komm! Kölner auf! Ja! Komm her! Oh! Die Farse ist schon krank. Oh! Na also, das ist direkt. Ok. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Wir sind am letzten Strand von der Saona. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, ja, ja.